Die AFL wurde vor 25 Jahren von Gabriele Heinrichs als American Fright Line in den USA gegründet. Im Laufe der Jahre hat Gabriele Heinrichs die AFL zu dem Spezialisten für internationale Transporte von Fahrzeugen aller Art entwickelt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf klassischen Automobilen. Inzwischen hat die AFL Niederlassungen in Deutschland, Hamburg und Bremerhaven sowie den USA, Miami und Los Angeles. Die Auswahl dieser Dependancen kommt nicht von ungefähr, denn somit sitzt sie im Eldorado der auserlesenen Automobile, Boote und Yachten. Die AFL steht für sehr hohe Qualität auf dem gesamten Transport in allen Bereichen und bietet für ihre Kunden immer die optimalen Transportwege zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Innerhalb kurzer Zeit sprach sich diese professionelle Arbeitsweise der AFL herum, sodass sich das Geschäft auch international weiter ausbauen ließ. Des Weiteren hat sich die AFL im Laufe der Jahre als Logistikpartner diverser Motorsport-Events einen zusätzlichen Geschäftszweig aufgebaut. Sie organisiert für diese Veranstaltungen die gesamte Transport- und Zollabwicklung. Hierfür ist ein hohes Maß an Flexibilität und vorausschauendem Denken erforderlich, wodurch die AFL in der Lage ist, die rechtzeitige Ankunft der Fahrzeuge für die jeweiligen Events zu garantieren. Das Konzept für die besondere Flexibilität ist, ein Team aus unterschiedlichen Bereichen der Logistik- und Automobilbranche zusammengestellt zu haben, um allen Anforderungen gerecht zu werden. All das macht die AFL einzigartig. Unser Motto Handle with care und alles aus einer Hand, das ist unser Markenzeichen.